Wo sollte Shakiri starten in der Aufstellung, was die EMMA geht? 20% von euch sagen, er soll Flügel spielen. 40% von euch sagen, er soll offensives Mittelfeld spielen. Und 39% von euch sagen, er soll gar nicht spielen. Der Disrespect, ey. Der Disrespect vom besten Schweizer Nazi-Spieler, den wir je gehabt haben. Ja, aber ich bin im Fall der in Ihrer Meinung. Der Shakiri ist ein guter Spieler, der immer noch an das Spiel entscheiden kann, von der Bank aus. Aber der Typ ist zu wenig fit, um wirklich zu segeln zu können. Und ich weiss nicht, ob er dann mehr Hindernisse sein könnte. Der Shakiri ist mit Abstand auch jetzt noch der beste Fussballer, den wir in der Mannschaft haben. Der beste Techniker, mit dem besten Schuss, dem besten Pass. Moment, wo kein anderer Spieler auf dem Platz sonst erzeugen kann. Ich finde, man kann es sich einfach nicht erlauben, ihn auf die Bank zu setzen. Ach, wie es die Schmerzen bereinigt! Shakiri! Shakiri! Tor! 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 Tor!